servus zusammen schön dass ihr wieder reinschaut hierzu da sind das ist früher morgen ihr stärken uns erstmal und dann habe ich ein bisschen was gebaut hier die abwehrstation und ich war ganz viel unterwegs aber im frühstück erstmal erstmal frühstück das heißt nicht umsonst ist die wichtigste malzeit am tag so ihr seht ich habe haufe leben ziegel vorbereitet natürlich nur für euch ich habe auch das dritte artefakt habe ich gerade bei obwohl hier steht alle fakt das gehen wir heute abgeben ich habe es allerdings noch nicht angeschaut das machen wir aber nachher ganz nach einem anderen unser trommel da und dann trommel da hat ein käfig bekommen hast du gerade länger also du bist erstarrt weg sich gar nicht mehr okay ja und zwar passt auf ich habe diese schriftrolle habe ich hier oben gefunden das letzte artefakt dazu bin ich ihr müsst hier oben ganz rechts in die karte und dann einmal darüber es ist extrem weit mega nervig man stelle ich die ganze zeit nur am rum reite und wenn dann die wir noch kommen dann hat man tatsächlich noch ein problem weil klar nichts zum unterstelle beziehungsweise nichts was einem helfe wird man stehen voll ausgeliefert nichtsdestotrotz habe ich es geschafft und hier das leben zeugs freigeschalten und jetzt erweitern wir unsere basis um eine lehm hütte und zwar möchte ich in der lehm hütte eigentlich ganz gerne wohnen in zukunft das baumens zusammen so genau dann eine decke ach mit lehm ziegel ich würde gerne wo bin ich die treppe hin haben da möchte ich die treppe hin haben so treppe haben jetzt nicht freigeschalten dann halt so vier bretter braucht das ding vier bretter 1 2 3 4 das passt dann warte mal kurz dann möchte ich diese band hier gerne abreißen jetzt zerlegen danke kommen wir hier durch das feuer kommt natürlich noch weg was auf das hier kann auch weg holzwand fenster band genau dort es bleibt aber nicht so da soll dann nämlich so eine halbe band hin genau dann sind die schön abgebrannt ja das muss halt hier noch durch brutzeln ein bisschen fleisch auf vorrat habe ich gedacht keine charte und jetzt hier die treppe da so bitte schade dass die aus holz ist ja aber so ist es doch gut oder dann bestehe noch mal eine wand oben drauf ja komm kann ruhig es schmeckt ihm nicht was wir hier vorhaben warum schmeckt dir das nicht ohne decke hallo möchtest du aber nicht dann pass auf ob ihr matrix 17 das geht nicht wegen der spiel das war jetzt so nicht abgemacht ich wollte dann nämlich das hier so gerne mit fenster er überall da wo keine decke drin ist hat er ein problem mit der wand wie viel ziegel haben wir denn noch und das war jetzt eh die letzte ok ist ja mies das heißt man müsste erst komplett eine decke bauen und dann der zweite stock drauf die treppe von außen wenn man dann eine treppe habe will müssen wir die decke wieder abreißen ich habe voll die materialverschwendung ok schütze uns falle kaputt gemacht alter was stimmt denn mit dir nicht wünsche witzig oder was glaubt ihr habt und zwar drümmel da hat gesellschaft auch guck mal das leben ist wieder gespornt schnappen wir uns doch gleich so fünf erz perfekt wir können gleich da rein das hier kann man nicht mehr schade 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 na egal so eigentlich war dann jetzt nur auf die würmer ich würde dann nämlich gern mit euch zurück in die pyramide so auf dem speichern das wird zerlegt das kommt auch alles raus das bett hätte ich gern dahingestellt etwa hier geht nicht was fehlt zwei wählen wenn man nur noch einer das kann ja fast nicht sein ist mit den wels hallo ich habe heute nacht hier auch noch ein paar bäume gefällt die müsste hier irgendwo um hier wedel sehe das hier habe ich nämlich nie gelassen erreicht bei den fliege habe ich festgestellt die mache gar nichts außer nerven irgendwie wenn wir jetzt da drin stehen bleibt und ist das zwar nervig weil die die ganze zeit halt so die geräusche machen ja aber ansonsten passiert gar nichts muss ich ehrlich sagen also man bekommt jetzt keinen schade oder so ja genau perfekt auf euch habe ich gewartet auf euch habe ich gewartet das ist jetzt nämlich richtig cool ich hoffe das klappt natürlich auch so wie ich mir vorstelle aber wahrscheinlich nicht so wie immer wenn nie irgendwas klappt wie man sich das vorstellt so wollen wir hier oben schlafen im eck auch wenn es jetzt freier himmel ist aber es regnet ja sowieso nie in der wüste wir brauchen das bett noch drei sekunden okay so halt es geht hier gar nicht ja aber warum denn nicht hier ist auch doof irgendwie so nochmal speichern das feuer wo machen wir das feuer dann hier daneben jetzt kommen gehen wir erstmal hier wo sind sie die komische würmervögel die falle sind beide aktiv das passt müsste nur die würmer endlich mal auftauchen aber die lasse wie immer auf sich warte die falle sind nämlich richtig cool ja jetzt ja ein wurm achtung was schnell die falle wieder scharf noch mal scharf wurscht dritte gibt es kein mehr das muss nur aufpassen dass man selber da nicht rein damit dafür habe ich auch bisschen schiss irgendwie weiß ich jetzt nicht so ganz leute es waren mal drei würmer jetzt sind es wieder nur noch zwei die blöde kralle ja wie ihr seht die richtung habe ich jetzt auch komplett dann wieder gar kein das scheint es komplett gewesen zu sein umso besser dann haben wir unsere ruhe hier sind wieder bananen es geht brutal ab es geht wirklich brutal ab dieses ding okay dann passt auf das hier soll weg eigentlich zerlegt werden gegenstände im inneren die kohle es ist heiß okay dann setzt ein hut auf also müssen mega ausgerüstet mir haben wir glaube ich das müsste tatsächlich jetzt alles sein was man spielen hersteller kann so dass daraus dass raus die da weg jetzt jetzt danke brauchen aber gleich ein neues feuer ein stein und zwei stock als immer den falschen knopf drück stock stein lagerfeuer herstellen perfekte den brunnen hätte man uns auch gerne können 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 ja egal ja geh rein stock die steine das lagerfeuer hier neben bett sagt es kann da rein okay passt auf dann haben wir jetzt die große mittagshitze die blöde fischer sind schon mal beiseite geschafft das ist okay zu trinken habe man zu essen habe man gut gehen wir los zur pyramide oder so ordentlich trinken noch kurz abkühlen hier im wasser das passt jetzt unseren digger wieder gut hier sieht alles gut aus kurz orientieren ja passt schon das finde mal so kommen wir raus hier schon was zu fressen und ab geht die wilde fahrt war denn der turm hier glaube ich ja wohl da ist das war wirklich super idee das war wirklich nicht richtig klasse idee muss ich sage habe ich jetzt aber leute ich sag's euch manchmal zweifle ich an mir selber wir wollen das dritte artefakt abgebe gehen und ich habe nichts besseres zu tun als es daheim liege zu lassen das macht natürlich sinn das macht natürlich sinn und du ich hoffe du bist nachher weg auf hier an unsere falle rum zu bagge so artefakt muss natürlich mit tür zu jetzt kann es losgehen digger oh danke wenn nur alles in dem spiel so auf mich höre wird wie das hierchen so ich bin sehr gespannt ob wir nochmal das katana habe ich ja noch gar nicht gezeigt das sieht zwar und ich kann es ja rausholen das sieht zwar cool aus aber ich finde es tatsächlich gar nicht so so nice weil halt ne macht gar nichts weil die gegner sind dann halt ziemlich nah an einem dran ich habe es an der hyäne ausprobiert und da wurde es mit dem lebe ziemlich knapp weil die halt auch gut austeilt so ich muss für mich ehrlich gestehen der boge ist nach wie vor die beste waffe wenn kein gegner an dich dran kommt kann er auch kein schade machen das ist ganz klar so da unten ist der letzte turm dann sind wir gleich an der oase haben wir da noch was zu tun ich glaube nicht wir können direkt durch starten in die pyramide und zwar die banane sind alle aus eigenem anbau könnt euch das vorstellen zack und schon sind wir wieder vollgegessen ist gestärkt in die pyramide da bin ich jetzt gespannt was uns erwartet vielleicht geht ja sogar die tür schon auf so da ist die oase genau perfekt muss dahinter jetzt die pyramide erscheinen oder ja da kommt sie gerade kurz schon wieder geplagt von selbstzweifeln hallo von ziege die haut sogar ab wenn wir hier auf dem dromedar sitze also er hier hat schon einiges mitgemacht mit uns bin bestimmt drei stunde einfach nur geritten drei stunde echtzeit wohlgemerkt um das artefakt zu finden er hat natürlich immer aufnahmeknopf im anschlag aber es scheint wirklich was aufregendes passiert so ein wurmangriff ja kennt ihr ja das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig spektakulär rückwärts laufen auf hier drauf ballern und dann passt die sache schon aber ich habe es ja geschafft und gefunden und war alles tuti furdi so pyramiden eingang und dann schauen wir mal was uns erwartet da geht es lang perfekt jetzt schon wieder dunkel ne das ist nur der schatte von der pyramide oder ich muss sagen wir haben jetzt tatsächlich auch durch die ganze ausrüstung nur noch ein paar stunde am tag wo er wirklich schwitzt also diesmal wirklich auch ingame stunde und ansonsten ist die ausrüstung eigentlich richtig cool ich hoffe wir können unseren toto ja auch mal zeigen wie er so aussieht mit der coolen rüstung oder zeigte ich mal äh richtiger krieger dazu ist katana noch in hand yeah warte wackele in anschlag und dann brauchen wir noch das hier weil bevor wir kommen wir mal die fackel raus ja ist ja schön bevor wir das in die tür da rein stecken möchte ich es gerne noch anschauen mit euch ich habe es wie gesagt selber noch nicht gesehen das wollte ich mir einfach aufhebe um es mit euch anzuschauen ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher ob das jetzt ob es drei Artefakte gibt oder vier zwei genau zwei haben wir ja schon ne drei oder vier aber das werden wir ja gleich raus finden geht vielleicht jetzt das licht an nö ok dann pass auf schauen wir uns das zusammen an oder los geht's von still sandy depths kamen die end of our golden centuries the nameless terror that obscures the sun shook the pillars of our world and the swarm was upon us so fell the emerald city of seal ive tomb thanks to the sacrifice of others those few who survived would never again lay eyes on its ruins ok cool das sah aus wie ein was war hier noch sah aus wie ein boss oder so reingeschoben oh es geht schon auf hallo hier liegt noch ein Artefakt hier liegt noch ein Artefakt was passiert jetzt da liegt was drin da liegt jemand drin oder ach sativa anzug dieser anzug nutzt eine unbekannte technologie er wird durch eine pflanze namens bär ach du scheiße biologisch angetrieben ermöglicht dir weitspringen schützt vor hitze und kälte ok das kann man anzünden nice was haben wir jetzt hier bekommen den anzug bruscht oi toto sieht aber schick aus hier und er hat endlich mal seine sportschuhe ausgezogen sehr gut das hier wollte ich angucken mit euch von unserer green city we fled to the arid mountains in dark and dusty caves we hid for generations until the flame of our fame started to fade but when all was black hopes rose to the sky like fireflies silent against the dying of light the heavens had heated our call and the green gods descended among us again they spoke of a new uninhabited land a blue home for our rebirth where the sand meets a desert of water where rivers flow and so we left this world of violence stars are not far after all okay congrats this is the end of the story in the early access ah ja okay das ist das vorläufige ende der story erstmal so okay und das können wir jetzt besonders was war das das gemerkt oh cool ein bisschen mega schnell yeah sind wir jetzt auch unverwundbar nee oder der macht den nicht unverwundbarkeit der macht okay aber hitze und kälte haben keine auswirkung mehr auf uns das ist natürlich nice kann man hier in so einer wüste brauchen wackel raus oh draußen wird es eh dunkel war nicht hier irgendwo noch eine kiste doch da ja das brauchen wir den stoff würde ich auch gerne mitnehmen hm welche achse war jetzt unsere steht halt noch keine haltbarkeit komm her schmeiß mir das raus ich würde es gerne nehmen danke okay das ende der story als reitem erstmal wieder zurück komm her großer wir reiten heme da bin ich ja dann mal gespannt was noch so alles passiert oder was so alles ins spiel reinkommt gläser habe ich das hier schon für nächstes jahr updates plane also es sind schon welche angekündigt die richtung müsste die oase sein gerade ein bisschen verwirrt so leute das sind wir gleich zu hause müssen noch das unser drometer einpark sagt tür sagt voll durch die fresse wie immer sehr schön so toto willkommen zu hause auch mal nicht an und wir haben gar nichts zum verfeuern deutschkeit brennmaterial mehr apropos brennmaterial pass auf ich mache erstmal leer ne falte kiste das und das der stoff war hier der ist im moment auch unnötig so und dann will ich jetzt mal gucken recharge okay das ist tatsächlich das hier steht aber dabei sie wird als brennstoff für bestimmte art von technologie verwendet braucht man schon viel okay und nun kann man fliegen oder was wir können springen ziemlich weit aber so fetziger anzüge können durch die gegend ballern so das alles sortieren wo ich die bruscht hier gut theoretisch brauchen wir das jetzt alles überhaupt nimmer der anzug reicht uns vollkommen aus fotografisch damit sehr gut bedient ich wollte gerne war das mit dem hammer ja hier wand fackel ist das jetzt schon richtig oder muss man das noch drehen äh fackel ach so das tauwerk fehlt äh dies ist noch vor oder tauwerk haben wir gar keins mehr de 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 ressourcen brauchen wir zwei tauwerk jetzt brauchen wir für eine fackel ähm wo waren die ja unter werkzeug enttalt ein wedel noch dann haben wir aber nicht genug egal dann bauen wir jetzt einfach nur eine wand fackel eine wand fackel für uns bietjean bäms aber gar nicht schlecht auch möglichst zwei dann ist unsere hütte richtig beleuchtet ebenso steht Tür offen okay Leute dann würde ich jetzt aber sagen was ist vorerst mit starsend ähm und wir warten einfach bis nächstes Jahr bis das Update kommt das angekündigte sind ja schon mehrere für Anfang des Jahres angekündigt dann schauen wir was da so alles Neues gibt und startet direkt in eine neue Staffel wenn sie es natürlich lohnt es mal schauen es wird auf jeden Fall noch was kommen es hat nämlich sehr viel Spaß gemacht das Spiel und das obwohl es ja ganz ganz früh ist noch auf meinem Kanal wird ein weiteres Survival-Spiel kommen ähm der Rhythmus bleibt der gleiche also das heißt dann am Mittwoch das ist eine Montagsfolge ja am Mittwoch kommt dann ein neues Survival-Spiel da freue ich mich auch schon drauf ich hoffe ihr auch danke euch fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei ich freue mich auf euch macht's gut ciao 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 ciao